hallo meine lieben wir werden heute lernen wie man zum ersten mal inline skater also sobald ihr eure skates dran habt und das werde ich auf einem anderen video zeigen wie man die skates gut anschnallt aber bis dahin erst mal wenn ihr vom stuhl auf steht einfach müssen die füße in eine v position stehen genauso der eine der muss ein bisschen vor dem anderen sein und ihr müsst mit diesem fuß schieben nach hinten und auf dem fuß einfach nach vorne rutschen so und dann wechseln gleich schnell wechseln gleich schnell wechseln so also die bewegung die ist einfach ein fuß nach dem anderen heben und einfach so gehen dann werdet ihr sehen das wird einfach zum rollen kommen und dann könnt ihr skaten noch mal einfach die füße in v position halten einen von den anderen stellen und dann wenn die rollen im rollen kommen dann seid ihr am skaten